Harald Albrecht, Ter Dermais, 3 Blütenstaubwolken heuer Wir sehen Oldtimer, Wind und Wollust, Drohnen, weiblich unbemannt, gelb, La Foresta im Balsamata eben, the moving forest jetzt, wandelnd. So wie ich mich, will es der Duftwald auch, vorstellig werden bei mir, sein Ritzenrecht beanspruchen, sich einnisten in den Ganglien, Erinnerung sein. Ein blinder Schwimmer warten auf eine Blütenstaubwolke, die ihn herüberholen wird. Waldduft, den duftenden Wald, den überholten, der den Zurückholer unüberholbar macht. Verschwenderisches Plusquamperfekt, sagte er auf Nummer sicher gehende Zerstäuber zum Flacon, um seines Nimbus willen, auf seine hermeneutische Art. Harald Albrecht, Ter Dermais, 3 Gelesen von Helga Heinold Aus dem Buch »Wie duftet die auf Bibel kalibrierte Sprache« Erschienen im Afaia Verlag Stockfache-Wie duftet die auf már was established »Wie duftet«